Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Daniel Welpi und ich grüße euch zurück zu Let's Play Valkyria Chronicles. In der letzten Folge haben wir die Mission aus dem neuen Kapitel haben gefangen, und zwar die Rettung von Prinzessin Cornelia. Cornelia? Cornelia? Weiß ich jetzt nicht. Steht da nicht, okay. Da würde ich sagen, wir machen jetzt weiter. Im letzten Part ist das nicht so gut ausgegangen. Deswegen habe ich, wir machen jetzt einen besseren Job. Mann, warum sind auch einmal scharfschützen da? Du bist, den doch irgendwie reicht. Okay, du mir nicht ob er will. Potenzial. Undouchable Shot. What? Oh, nee. Au. Oh. Äh. Warte, wenn ich jetzt... Hier ist der Leiter, mein Gott. Hihihi. Dich krieg ich auch noch kleinen. Na, warte. Ein Scharfschutz ist mir zu gefährlich. Äh. Bevor irgendwas anderes passiert, ich weiß nicht. Er will da runter. Aber er kommt auch nie im Leben hier durch, ne? Ich hab doch mal schicke, ne? So, guck mal, ja. Verdammt. Na gut, dann weiter hier runter. Ich hab mir vielleicht auch dafür aufgewahren können, ich Idiot. Hast du auf einmal, bin ich da nicht mit gucken, langlaufen? Also da kann er gar nicht lang. Ich hab, ich brauch jetzt hier nicht so großen Mist. Übernehme ich langsam nicht mehr so sicher, ob ich das, was ich hier mache, richtig mache. Hey, keine Bewegung. Ich hab nur 15 Schüsse, was? Komm her, au. Oh, meulek. Oh, meulek, was? Äh, ja. Dann. Ich mach hier. Hoffentlich schießt mal einer nach oben. Dann kann ich den Locker abschießen. So, dann muss ich mal versuchen. Oh, fuck. Ich hoffe, ich komme mit Alicia irgendwie dahin. Äh, jo. Oh, Gott. Mein Gott, was hat der denn für ein Radius, ey? Vorhin 360 Grad Schüsse. Ich glaube, der Kapitel Gewinn war nicht mehr. Ich hab schon so viel Mist gebaut hier. Ja, ist gut. Oh, du fährst gerade aus, ist klar. Was soll ich denn da aufhalten, das Ding? Alicia ist jetzt down. Und ich hab einen Kommandopunkt weniger. Wie soll ich denn das jetzt noch machen? Wir sind voll. Ey. Ich hab ja noch, äh, gespeichert seit der letzten auch mal erteilt. Ich könnte ab diesem Punkt nochmal neu anfangen, aber... Ist auch blöde eigentlich. Mal gucken. Gucken, was sich hier neu ergibt. Na toll. Jawoll, jawoll. Haha. Wie du willst es abbrechen? Nee. Na, so bei ihr treffe ich nicht. Wann habe ich hier gemacht? Ja, komm. Komm. Enemy Moving. Hallo. Und danke. Das war merkwürdig. Aua. 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 Was ist das? Na, 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 na. Ja, toll, was machen wir? Ja, vier Punkte. Willst du mich auf den Arm nehmen? Ja, toll. Ich kann doch nicht dahin gehen. Obwohl, doch der Panzer ist weg. Scheiße. Boah, du kommst nicht da hinten hin, ne? Ja, ich muss ja noch ein Zugpufferladen. Mein Gott, ey. Weil ich muss ja sowieso wieder Einzug warten. Verdammt. Ich kann, dann habe ich immer noch vier Kommandopunkte. Warte, soll das denn? Mein Gott. Rosi hat auch ihren Einsatz verpasst. Warte. Dafür möchte ich aber... Mein Gott, das gibt's auch nicht. Ah, das ist so viel Schaden. So schön. Rosi, geh du auch mal da hin. Du kommst wahrscheinlich auch nicht mal da hin. Aber egal. So, komm her. Ah, du gibst Feuerunterstützung. Geil. Langsam aber, was ich habe, bringt das gerade. Ja, im Moment mal, da kann kein Panzer langen und da kann kein Panzer langen. Kann ja nur noch hier unten lang, oder? Ich verstehe irgendwie nicht hier. Layout. Also, ich habe mich jetzt hier richtig positioniert. Mein Gott, hier sind so viele Leute, ne? Kann ich jemanden von daraus sehen? Bitte. Ich brauche ein paar Tote jetzt. Also, nicht für mich, aber mein Gegner. So, da ist ein Scout. Noch mal noch. Ja. Ich kann doch das gegen die Abversuchung abzuschießen. Ne, bin mir gar nicht angezeigt. Ich muss sie nur treffen. Danke. Wow. Yo, das war gut. So. Wie sind Sie, habe ich so alle im Blick? So, dann wäre noch am besten, wenn... Ich muss noch ein bisschen mehr Schaden an dem Ding. Kann uns das Ding eigentlich sehen, wenn wir uns daran schlechten. So wie ein normaler Soldat. Aber wer hat den Todes, brauche ich mir keine Sorgen mehr darüber machen. So. Und... So. Jawoll, da war gut. Aber dann hätte ich mich noch lieber zurückgegeben sollen. Und ich habe Verstärkung rufen sollen. Obwohl Alisha holt mich im nächsten Zug. Würde mehr Sinn machen oder... Hey. Hey, ich treffe dich. Ein bisschen. Er macht ein bisschen Schaden. Bleib hier. Verdammt. Oh, Kobi kann das auch von da austriffen. Ich bin, glaube ich, der beschissenste Fahrtblockierer, den es je gab. Aber warte mal. Wenn ich mich jetzt da vorstelle, dann muss er ja wieder zurückgehen. Das wäre nicht, wie ich mich an meinen Bart kratze. Also meinen anstehenden Bart. Ich glaube nicht, dass ich hier die geheime Person finde. Mit der Waffe. Mit der neuen Waffe. Mit dieser Typen hier, die immer so einen Namen haben. Ich glaube nicht, dass ich diese... Hier immer so eine Ladung abfacke, dann am Ende so einen einzelnen Schuss sehe. Ich glaube, ich habe die Situation wieder im Griff. Okay. Erstmal holen wir uns Alisha zurück. Ich war mal ein Komalo Punkt. Das Ding ist da. Das heißt, ich muss mich jetzt nach vorne bewegen. Geh weg. Biss dich. Ich muss hier durch. so na auch hier manchmal ist einer ganz hinten ich warte mal dich doch irgendwie irgendwo dabei glaube ich ich glaube er ist tot er kann nicht da unten lang oder das wäre richtig blöd da gehst du wecken kannst du doch vorne lang oder nicht was mitten der langen verdammt er geht nach vorne ich kann ihn gar nicht mehr aufhalten gleich sie auf den arm nehmen oh was zum nein roti ist gleich auch tot verdammt wo der sich lang bewegt da komme ich jetzt gar nicht mehr hin ich habe euch verloren schon mal geht wo wir eigentlich wenn ich dann tue ich einfach na gott stirbt wenn ich dann muss ich da wir anfangen wo ich letzten paar aufgehört haben oh gott da jetzt kommt auch noch jemand macht der ist kaputt oder auch nicht oder marina muss oh mein gott sind sowas noch tot kann ich gar nicht bewegen kann ich gar nicht bewegen ja was jetzt wir sind nicht zu gewinnen wie soll ich das machen oh gott ja ist gut aber werden also vorher sind wir alle voll schnell tot und eine zückende schüsse wir haben verloren ja mach ich mir jetzt ich kann mit meinem panzer nicht dadurch der muss jetzt nur hier hin ich mache irgendwas ich muss jetzt unser leben retten unser aller leben stirbt man so einer ist tot super wir sind alle tot bei meinem panzer nichts mehr machen die schafft es auch nicht rechtzeitig dahin hier ist es steht 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 los irgendwie muss ich die situation noch retten können nachverlangen nachverlangen jawohl die shop hat hier noch so alicia du musst jetzt hier alles retten jeden einzelnen man kann ich rosy nämlich hier wieder bewegen wo war hier noch einer nein nicht schon wieder der panzer er wird wieder töten der panzer sieht uns von da naja da mache ich ihn jetzt warum ja ja verloren ja mache ich ihn jetzt ja verloren ich habe nicht hin drehen oder der mich abfeiert mein gott was habe ich denn falsch gemacht ich habe noch nicht verloren sagt gesicht oder 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 die nehmen gleich noch unsere basis einmal dazu weiter geht ich brauche viel mehr ich weiß nicht darauf wenn ich da hoch bin oder wir haben unsere basis gleich ein ähm nein wir haben verloren ich weiß es nicht hm ich würde sagen wir machen den ganzen kampf nochmal von neu und ja boah keine ahnung ja ich würde sagen wir machen den ganzen kampf nochmal neu würde ich sagen wir sehen uns in der nächsten folge von let's play bei Kyrie Chronicles ich bedanke mich herzlich fürs zuschauen und sage tschüss ganz euch das 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 ver und ja das das Vielen Dank.